Er geht so gut vorwärts und das ist mehr als gut, also der Wagen wandert über die Straße, das ist krank und das reicht auf jeden Fall so, so komm, ich hab doch kaum gedrückt, danke, so, mehr würde ich dem nicht antun, weil er geht gut voran, ich glaube man könnte vom R8 den Motor reinbauen, schätze ich mal, ne, ja, 5 Quadratmeter V10 ist der 8 Motor, könnte man machen, machen wir aber nicht, das ist Schwachsinn, weil